Wie nennt sich das hier? Kleine Ortschaft am Walde bei Negernbötel gelegen und das nennt sich Stüff So habe ich auch noch nicht gehört Wer ist auch wohl nicht? Kommt mal schauen Hier doch noch was So ne Holzbaracke Wacksteinhaus Lassen wir mal hier Schlafen Stüff Hübsch gelegt Das wärs dann auch Und tschüss